Grüttner, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich heiße Nils Maximilian Bartelsich, ruf an wegen Wikipedia. Wegen Wikipedia? Worum geht's denn? Na, du hast da ja einen Beitrag geschrieben, hab ich hier gelesen. Ja, das ist korrekt. Zu der Balachale K. hab ich einen Beitrag geschrieben. Ist dir schon aufgefallen, dass ich den gelöscht hab? Wie, du hast den gelöscht? Das geht doch nicht. Ja doch, der Papa, der ist ja bei Wikipedia, der macht da, schreibt da immer regelmäßig Sachen. Und wie kommst du dazu, meinen Beitrag zu löschen? Na, der Papa, der kontrolliert ja immer so Einträge und da hat er deinen aufgelassen und da hab ich auf den falschen Knopf gedrückt. Das geht aber nicht. Du, gib mir mal deinen Papa. Ist der in der Nähe? Nee, der kommt ja nachher erst wieder, aber das, wieso ging das nicht? Das ging ganz einfach. Nee, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Das ist eine Hamburger Kunstmeile und Ausstellungsort für Kunst und Kultur. Das ist ganz wichtig. Das geht nicht, dass du mir einfach mal einen Beitrag lösst. Du bist sicher, dass das wichtig ist? Weil mir sagt das ja gar nichts. Das wird der Papa bestimmt wissen. Der Ernst Balach war ein berühmter Bildhauer. Das kann nicht einfach von Wikipedia gelöscht werden. Wie kommst du denn da ran? Da sind ja die ganzen Knöpfe und dann hab ich auf den Löschen drauf gedrückt. Kannst du den nochmal schreiben? Ja, naja, das ist viel Arbeit, du. Ja, dann muss ich das wohl. Ich guck gleich mal. Dann guck mal rein, bitte. Junge Mann, du hast meinen Beitrag gelöscht. Das ist nicht in Ordnung. Da steht was mit Diskussion. Da kannst du draufklicken. Diskussion, ja. Dann fühle ich aber Diskussion mit ganz vielen Reportern, die da irgendwie was mitschreiben. Stellst du den nochmal ein, bitte? Ja, das mache ich. So, und dann gebe ich dir die Telefonnummer, wo du angerufen kannst. Dann passiert das nicht mehr. Na, dann sag mal an. So, das wäre hier beim Radio. Ja, und dein Beitrag ist noch da, aber du musst ihn jetzt halt diskutieren. Okay, das werde ich machen. Und schreib nicht überall deine Telefonnummer rein, das kann schief gehen. Ja, okay, alles klar.